German Codes. Deutsch für Anfänger. Das ist meine Familie. Mein Vater. Meine Mutter. Meine Eltern. Die Kinder. Mein Sohn. Meine Tochter. Mein Bruder. Meine Schwestern. Mein Onkel. Meine Tante. Mein Opa. Meine Oma. Mein Ehemann. Meine Ehefrau. Wir sind verheiratet. Wir sind geschieden. Mein Ehemann. Meine Ehefrau. Verheiratet. Meine Familie. Mein Vater. Meine Mutter. Mein Vater. Die Kinder. Mein Sohn. Meine Tochter. Mein Bruder. Meine Schwester. Mein Onkel. Meine Tante. Mein Opa. Meine Oma. German Codes. Deutsch für Anfänger. Meine Aufmerksam. Manuel Codes. Meine Oma. Meine Oma. Schade. Ich bin ein. Sie bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Untertitelung des ZDF, 2020